Hallo und willkommen da draußen. Mein Name ist Hirin Asami. Wir spielen heute mal Marvel Heroes. Das ist eigentlich ein kleines Letztest, aber wir werden uns mal ein bisschen da rein sehen oder fuchsen. Ja, ich habe schon ein bisschen mal so gespielt. Kann ich mir so einfach mal klipp und klar sagen. Den einzigen Helden, den ich da habe, kann ich auch schon mal so erklären, den guten Hawkeye. Dann gibt es ja noch viele andere Helden. Andere muss man so auch käuflich erwerben. Ich gedenke mir, das einmal anzutun und für 15 Euro 2100 Extrapunkte zu holen, um einen Helden zu holen, den ich gerne da haben möchte. Ja, das wäre dann Deadpool. Gut, wir spielen da halt einen Helden. Wir können aber auch tauschen gegen andere Helden. Also sprich, es ist halt so ein kleiner Wechsel, welche Helden wir halt nehmen, um halt die Welt ein bisschen schöner und angenehmer zu machen. Dieses Spiel wird ja angeboten von Steam und ja, ist ja auch eine Online-Anmeldung mit drin. Und da spielt auch mal mit vielen anderen Leuten noch mit. So, das wird jetzt hier einen Moment dauern und ich mache mal ganz kurz Pause. So, da sind wir nun auch wieder hier mit Hawkeye und natürlich auch mit vielen anderen Leuten. Man sieht schon, welche Leute... Wie stehen deine Aktionen heute, Tony? Auja. Ich gucke mal nochmal wegen In-Game-Sound, weil das hat sich ja nach einiger Zeit ja auch ziemlich oft verändert. Ah, verdammt. Okay, gehen wir nochmal unter Option. Ich muss ja auch noch die Audio-Einstellung... Ne, die Audio-Einstellung ist okay. Können wir so lassen. Aha. Jupp. Und hier haben wir was mit... Gucken wir mal. Nach Helikitchen reisen. Ja, wir können jetzt erstmal irgendwo verreisen, aber wir machen uns hier ein bisschen schlau. Wir gucken uns hier ein bisschen um. Ich habe noch ein bisschen eingekauft und auch ge-skillt. Ja, ohne euch. Tut mir ehrlich leid. Weil die Aufnahmen, die ich da vorgemacht habe, sind kaputt gewesen. Von daher werde ich jetzt einfach alles neu machen und wir sehen uns erstmal hier um. So, hier haben wir Tony Starks großartige Rüstungssammlung. Ja, viele von euch würden sich hier richtig freuen. Die Finger lecken. Oh, wunderbar. Tony Starks persönliche Ausrüstung. Oh, geil. Ja. Hier haben wir auf jeden Fall die Ausrüstungskammer für einen Tony Stark. Dann gibt es hier noch einige Leute, mit denen wir uns hier mal unterhalten können. So. Und das alles ist zum einen auch auf Englisch sowie Deutsch. Ich habe das mit Englischen... Bei der Göttin, was sehe ich da? Nichts. Ich habe das hier auch mit, 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 mit... Oh. Ähm. Mit, ähm, deutschen... Also alles auf Deutsch geschaltet. Das wird am Anfang ja auch auf Englisch. Und was darf es heute sein? So. Dann kaufen wir mal schon ein. Ja. Motivierende Köcher. Nein. Da haben wir noch, ähm, Shield Medi-Cat. Gut. Was haben wir denn hier? Stiefel vom schnellen Pfeil. Die können wir uns kaufen. Wir haben genug Geld im Moment gesammelt. Jupp. Einmal die hier zu uns, bitte. Na, leckt auch ein bisschen. Natürlich können wir auch ein paar Sachen hier spenden. Das geht natürlich auch. So, wir haben die Comic-Version, äh, von Marvel Superheld, ähm, den guten Hawkeye genommen. Es gibt hier auch noch die Film-Ausgabe. Ah, da laufen noch so viele andere Leute rum. Und darunter... Oh, oh, ist das Miss Marvel? Ja, das ist Miss Marvel. Geil. Freut mich, Miss Marvel mal zu sehen. Das ist ja super. Ähm, und ja, es gibt noch viele andere Sachen, äh, also viele andere. Oh, 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 oh. So Pannisher. Uff. Ja, man sieht schon. Viele Helden, viele Leute, viele, viele Leute. Und da freut sich auf jeden Fall Marvel-Herz ganz groß. Also für die Marvel-Fans da draußen, das ist schon was. Und falls ihr einen Hund hört, nein, das ist nicht meiner. Den würde ich ganz, ganz gerne mal braten. Ja, du hast richtig, du kleiner, mieser Dackel. Ich würde dich gerne braten. Da haben wir sogar... Oh, Dr. Strange. Da muss ich noch eine Sache sagen, und ich hoffe mal, Gronkh nimmt mir das nicht übel. Ich muss mal kurz woanders, weil die reden alle dazwischen. Äh, Gronkh, nimm mir das bitte nicht übel. In Marvel Super Heroes Crot, das habe ich ja auch ganz gerne gespielt, und ich spiele es immer noch ganz gerne, da siehst du auch aus wie Dr. Strange. Also da gibt es einen Dr. Strange, der hat schon Ähnlichkeiten mit Gronkh. Gronkh, nimm mir das bitte nicht übel. Du bist Dr. Strange. Aber, ähm, zum einen auch ziemlich mystisch und chaotisch. Naja, vielleicht auch nicht. Nach Hell Kitchen reisen, okay, reisen wir mal hin. Gut. Wir haben da nämlich noch eine Quest offen, ähm, die muss erledigt werden, und wir sehen uns gleich wieder, ich mach mal kurz die Sendepause. Nun, hallo, da sind wir nun auch wieder, und zwar hier in Hell Kitchen. Ähm, eine ziemlich düsteren und bösen Gegend, kann man sagen, aber... Gut, mehr können wir nicht erwarten. Agent Carlson, ich bin einer von den Guten. Ja, das ist schon mal gut zu wissen. Ey, Schönheit! Hm, hi, wer bist du denn? Amazing Knight, okay. Okay, das ist schon ein bisschen strangey. Gut, wir haben hier ein paar Sachen noch, äh... Ja, gut, wir haben alles, was wir brauchen, ähm, oder sammeln wir noch ein bisschen? Ähm, ja. Stimmt, wir müssen das so machen, wir müssen das rüberziehen, weil es auch ein bisschen dumm ist. Ach, wir können, ach, wir können maximal, äh, ziehen. Okay, maximal können wir zehn, so, ähm, tragen. Ähm, ein, ähm, also ein Slot, zehn Stück, auch ein bisschen dumm. Na ja, egal. Siegel, Brandstifter, wer ist denn? Brandstifter? Ähm, ähm, Brandstifter. Wieso komme ich auf so eine Rotze? Okay, ich muss jetzt noch, ähm, für, ähm, noch ein paar weitere... So, jetzt sehen wir mal in den Ecken. So, mehr ist es nicht. Irgendwie hier können ein bisschen so ein Action sein, joh. Bösewichte werden hier, ja, nicht gespielt. Schade drum, abgeschlossen. Rowdy. Rowdy. Siegel-Doktor-Oktopus. Ja, den, ähm, hatte ich ja auch schon. Im Visier. Wow, 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 wow. Das kann ich mir einfach nicht beziehen. Okay. Okay. Ah, das ist nicht nett. Gut, dass wir auf derselben Seite sind. Jupp. Da muss man anmerken, dass der gute Hawkeye damals kein guter Mann war, sondern eher böse. Also, also, nicht besonders nett, aber irgendwie Sinneswandel. Leider habe ich die Comicreihe nicht von Hawkeye gelesen. Hätte ich vielleicht machen sollen. Da würde ich auch mehr von denen wissen. Na, danke, ich schulde dir. Nö, du schuldest mir gar nichts, Kumpel. Ist alles Paletti. Ist alles gut. So. Da ist, die sind nicht gerade einfach und umgänglich. Nee. Und ich habe was. Wow. Da habe ich was gefunden. Oh, oh, da war Geld. Oh, da war Geld. Oh, das ist leck, 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 leck. So, da ist es auch. Helden wir unseren Kollegen mal ein paar Bogen. Wo bleibt die Polizei? Keine Ahnung. Na, die Polizei hat selber auch ganz an Mast hier an Probleme. Ich meine, es sind fast, dass hier viele Leute rumlaufen. Oh, da ist der leckere Halk. Leckere Hälfte. Wow. Ganz ruhig, Kollege. Alles Paletti. Der hat ja echt genau das war. Wow. Das war ein riesen Lack. Und da haben wir Iron Man. Unser Held. Unser Mathe-Schwund. So, jetzt haben wir aber auch eine Aufgabe. Den müssen wir im Abwichtfall den Dr. Osterpus vernichten. Oder besiegen. Vernichten ist schon eine Sache. Aber besiegen müssen wir ihn, ja. Ich kann mal in der kurzen Erklärung hier folgendes liefern. Und dann, ähm, Hydra, ja. Ja, das fängt alles mit Hydra an. Hydra kennt man schon. Hydra, die, ähm, schon ein bisschen strange sind. Ähm, Hydra hat, ähm, einige Gefangene freigelassen. Sie fern sich die Gefangenen allgemein hier in der Gegend. Und, naja, wie es gekommen ist, äh, kann ich mal so sagen. Äh, auf jeden Fall laufen die Schurken jetzt hier irgendwo eine Stadt Amok. Ja, nicht besonders tolle, finde ich das, ne. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall diese Leute aufhalten, weil Hydra, ja, böse. Schon klar. Und die anderen sind auch böse. Mhm, schon klar. Wir müssen die auf jeden Fall aufhalten. So viel ist erklärt. So, ich mach mal ganz kurz eine Unterbrechung. Bis dann. So, meine Lieben. Da bin ich nun auch wieder. Hydra. Was machen die denn hier? Na, herzlichen Glühströmpf, äh, Schumpf. Hydra hat sich hier eingepartiert. Was ist das denn da? Oh, eine Schatztruhe. Eine Schatztruhe? Ganz ehrlich, eine Schatztruhe? Oh komm, das ist nicht wahr, oder? Was haben wir da? Motivation 12. Da haben wir 9. Da haben wir zum Beispiel Achten für Spezialgegenstände. Hm, na 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 na. Was haben wir denn hier? Einfache, verbesserte Genome. Können wir nicht einsetzen? Können wir einsetzen, aber ich nicht verstehen. Ja, ich wirklich nicht verstehen. Und wir können hier auch ein paar... Hm, Getränke! Hm, Getränke. Getränke! Okay. Das hat sich nun erledigt. Das ist im Großen und Ganzen dieser ganze Raum. Wir haben Hydra erstmal hier vertrieben. Die Leute befreit. Und dann kümmern wir uns mal um diesen Doktore-Oktopusse. Ach, Posse. Ich-we Store of 세oys. aberоть das Keeping weg. Das ist mit dem Blick. Und dann. Ich hin. Ich- neve. Das ist mit demenzieigos savior.